Bis dann! Jetzt. 67. 40. Gut. Jalfi. Ach ja, ach ja, ach ja. Und wie verstellt sich meine Maus bei dem Spiel? Nimmt man mit, da bist du. Ach, die fallen wie die Fliegen, Jungs. Ja, ich glaub die Waffen war eine ganz gute Idee. Töge. Töge 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 ESS Okay. Ah, ich freu mich schon ein bisschen auf die Seitenstraße. Was ist zuhudelt da? Ja, okay. Was ist denn das gibt? Lauf der Trunk an und ach Gott was. Was bleibt denn jetzt eigentlich noch für die Tarnquests? Ich meine jetzt haben wir Plantis, Ragnarök, das ist eine nordische Meteorologie. Ähm. Ägypten ist ja auch schon drin. Inkas könnte man noch reinbringen irgendwie, aber... Ja, weiß ich nicht. Wie war es mit der Terboros? Terboros! Nun, ich habe nicht viele Besucher. Sei gegrüßt. Wie kann ich dir helfen? Ich habe die Schmerke. Süßeschön, du bist für die Schmerke. Süßeschön. Süßeschön, Süßeschön. leck mich doch noch mal zwei prozent mehr minus 14 prozent 14 punkte leute reise das sehe ich irgendwie nicht kommen so tief zu denn das ist mein sacken oder keine merke kurz 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Hallo? Jetzt hört doch mal auf damit. Ist doch belastend, sowas. Boah, ich freu mich jetzt schon bei der Oase von Fayoum auf dieses hässliche Riesenmonster und im Keller. Da hab ich mir was Gutes vorgenommen. Der ist ganz schön groß da hinten. Das ist ganz schön. Das war's lächerlich. Heldenmonster. Na gut. Kann nicht also gut sein, gell? Noch jemand? Das nehm ich. Das klingt gut. Zeichen des Oberos. Ich glaub, die hab ich schon. Ich glaub, da hat er zumindest irgendwas gelesen gehabt. So. Hier war niemand mehr. Ja. Oh, gut. Gut. Oh, ne Tohe. Gut. Vielen Dank. Also nachts herumlaufen ist aber ein bisschen blöd, wenn man hier was sieht. Hier bin ich. Hallo? Hallo? Schatz. Scheiße. Lalalala. Alter, man sie schafft. So, jetzt auf den Berg da hoch, die Möhren, Möhren zu legen und dann sind wir bei Delphi. Die da. Es gibt Versteckte Boys. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020